Eine weitere Runde Battlefield 3 auf Close Quarters. Und sofort sehen wir keine Gegner, wie es eigentlich bei jedem Einstieg gleich der Fall ist. Was ja auch blöd wäre, wenn man sofort Gegner sehen würde. Ich merke gerade, ich habe gar keine Dauerschusswaffe drin. Das könnte erklären, dass der Typ nicht wenigstens noch mehr Schaden genommen hat. Ah, Mist! Was hat das denn schon scheiß? Habt Spaß und spielt fair. Bitte was? Fair spielen? Kenne ich nicht. Was soll das sein? Skyrinde! Schade, gehe ich halt zu Kata in 88. Was hat die DDR für eine schöne Waffe dabei? PP19? Können wir auch mal probieren. Oh, noch 8 Kugeln zum Nachladen. Ich glaube, ich könnte eventuell den nächsten Pionier erfreuen. Äh, was laber ich? Pionier. Äh, Supporter. Nein, ich wollte gerade seine Waffe nehmen. Was mache ich denn? Ah, 26 Schuss sterben. Die Antwort war einfach. Warum hat mir das denn eigentlich jemand vorher gesagt? Wo ist eigentlich der Chat? Hier ist er. So. PKP, den... Habe ich den Quest schon oder habe ich ihn nicht? Ich glaube, die Quills hatte ich schon. Dann kann ich eigentlich eine andere Waffe nehmen. Ex-Einstieg. Erstmal rechts. Ein bisschen schießen. Dann links. Ohne schießen. Und wieder rechts. Ah, schade. Jetzt müsste ich schießen. Aber irgendwie... ...sterben, ne? Boah, ich lebe weg. Ich weiß schon aus welchen Gründen... Ah! Scheiße. Hauptfall runter, fall runter. Der sieht super aus. Absolut. Unglaublich. Besser geht's nicht. Haha. Ja, meine Score konnte man nicht sehen. Aber die will ich auch gar nicht sehen. Ich glaube, aktuell bei dem Scheiß, was ich zusammenspiele, könnt ihr euch denken, wie er aussieht. Oder respektive halt einfach mit Zählen. Aber bei Zählen wäre höchste Mathematik gefordert. Ah, scheiße. Ja, da sind wieder welche Leute online, offline, sonst was gegangen. Ist gerade schnurzegal. Ich muss schauen, ob ich das nicht mehr abstellen kann irgendwann. Ah, sterb! Ja, 70 Schuss, nur für einen Typen. Das ist schön. What the fuck? Haha. Oh, Middick jetzt. Ah, war doch irgendwo jemand. Ja, keine Ahnung, ich treffe ihn nicht. Aber andere, da machen die halt die Drecksarbeit für mich. Kann ich auch mit leben. So, kommt er, kommt er, kommt er. Ja, er kommt. Braav. Ai, 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 scheiße. Nein! Na, schieß doch! Hahaha! Geh, und, oh, scheiße. Kein Fahrzeugdiebstahl aus der Gegnerbase. Ich glaube, in dem vierten Punkt bin ich einverstanden. Hahaha. Wir hätten der es geschafft, mich nicht zu töten. Das ging gar nicht. Oh, Gott. Zu geil. Scheißen, drei Camper, ey. Also, ich warte jetzt noch, bis hier mit... Nein. Ich warte, bis mein Leben ein bisschen höher ist. 80% reicht. Hinter mir sind zwei Mann, die mir Rückendeckung geben. Oder mindestens die Kugeln durch ihre reine Anwesenheit von mir abhalten. Muhahaha. Habe ich denn voll den Kill gestealt. Also, dem Gegner. Ich glaube, das ist doch gar nicht mehr so schlimm. Ich weiß nicht, für unser Team oder Squad oder... ...was auch immer. Ach, scheißen Dreck. Der Magic Alex. Zwei. Eine lumpe Kopie ist der. Glaubt man nicht, aber ist echt so. Sterb. Oh. Ach, scheiße, so die Granate. Schau wieder vor Magic Alex 2. Sechstes. Keine Shotguns. Oh. Z4 at Game Mode. Conquest Domination. Conquest Domination haben wir ja nicht. Wir haben hier einfach nur... Was haben wir denn hier eigentlich? Squad at Match. Ja, Leute, ganz ruhig. Chillt euch mal. So, genug gestorben. Oh, da kriegt man aber Schwerpunkte für Nachschub hier. Wenn ihr wollt, stellt euch noch ein Pack hin. Ah, wieso, was, hier, wo, hä? Einmal Kill, zweimal Kick, dreimal Ban. Man sollte also die Rules nicht brechen. Das ruled, bitch. So, falls übrigens, äh, falls ihr übrigens irgendwo mal so grüne Punkte bemerken solltet. Ich hab grad eben, also vor ein paar Sekunden welche gesehen. Aber muss man gerade aktuell noch drauf achten, um es jetzt zu bemerken. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, was wird das denn? Der lebt noch! Die könnten daher kommen, dass ich meine Hardware so ziemlich aufs maximale, äh, das maximale Leistung raushole. Wer uns gerade interessiert, äh, Prozessor i5-650, normalerweise 3,2 Gigahertz Sakt. Läuft bei mir gerade auf 4,2. Das ist ein Gigahertz mehr. Guck mal, da ist ein Gegner. Kriege ich den auch durch die Wand? Ei, 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 ich will durch. Weird lag there. Ja, den hatte ich auch. Ähm, äh, äh, bestimmt. Ja, hätte ich garantiert. Oh, ich werde aufgerichtet, das ist schön. Kann ich auch gleich dieses... Ah! Höh! Höh! Der hat doch gerade ganz woanders hingeschossen. Egal. Ich hab'n Kill. Ich bin mindestens... Achter. Oh, rechts habe ich natürlich einen Flatscreen von der Firma. Flatscreen? Der aber leider außer Betrieb zu sein scheint. Und wenn du schießt, dann werfe ich mal Granate. Ey, lass mich durch. Ich kriege ich. Ah! Kill! Bitch! Ja! Ja, bevor du deine dämlichen Claimers auslegst, kill ich dich doch lieber. Keine Gegner? Höre ich da schon wieder das Rundenende? Diese Squad-Rush-Runden? Äh, nee, Squad. Uiuiui, zwei Prozent. Glück gehabt. Squad, was sind denn das eigentlich? Squad-Deathmatch? Oh, egal, die Runden gehen hier. Was wird da? Schnell! Ja, das war Verbindung hier, die mich getötet hat. Ich will raus, ich... Ich werde von überall abgeschossen. 100 Kills gibt es nur und wir haben schon 96. Ey, ich bin ganz sechster. Die ganzen Leute scheinen da oft zu reviven. Da kommen wir natürlich nicht hinterher. Scheiße. Das ist aber Sieg, das ist in Ordnung, ja. Oh, da kommen die grünen Punkte wieder. Vom Mars. Wo kommt die denn her? Ich mag nicht, warum es jetzt kommt, aber scheiß noch drauf. Grafikkarte wird demnächst eh ersetzt. Naja. Aufträge, okay. PKP hat nichts gebracht. Was brauchen wir noch? SkyEdge und PK... Keine Ahnung, ich kann mir noch nichts drei Sekunden lang merken. Kurzzeitgedächtnis von einem Fisch gehirnamputierten. Aber auch nur, wenn ich mich anstrenge. Ach, das war einer von uns. Da bin ich aber froh. Froh wäre ich auch, wenn ich weitere Gegner mit dem Rücken zu mir stehend finden würde und nicht mit der Waffe auf mich gerichtet. Finde ich eher ungeil. Ja, Double Kill. Ah, scheiße, hinten. Wäre der nicht von hinten gekommen? Ja, dann wäre es aber böse ausgegangen für die. Teamwork is everything. 4 zu 1. Ja, das geht doch locker. Gebe ich mal dem lieben Tommy ein paar Punkte, damit er mich mal auffolgen kann. So, Teamwork ist alles. Deswegen haue ich ab und verpisse mich. Nein. Ich überschaue nur die Lage. Um meinem Team bestmögliche Hilfe zu geben, wie man stirbt. Oh, da ist keiner. Da ist einer. Den nehmen wir auch noch gleich mit. Heute gerade... Ah, SKS. Keine Beeiligung. Ey, du Huso. Du bist so ein Hustensohn. Nimm dies. Bitch. Ja, so klappt die Ironie. Nicht. Ja, muss da erst. Ich komme, um hier die Gegner zu erledigen. Ah, scheiße. Der dritte war es. Könnte es aber auch mal einer von uns kommen. Hat da nicht gerade noch jemand gelebt? Keine Ahnung. Kein Bass Rape. Ja, ich glaube, mit einem Bass Rape haben wir auch nicht so die Probleme. Schau mal mal. Oh, da links. Ah, wenn ich nicht mehr laufen könnte. Links scheint er den Kill zu haben. Rechts scheint auch niemand mehr da zu sein. Und der ist auch gleich nicht mehr da, aber da ist noch ein anderer. Genau, jetzt habe ich den gekillt, den ich am Anfang gesehen hatte. Ja, Granate könnt ihr haben. Wow, da ist noch ein Gegner, Mann. Leute, Gegner. Dutzende. Sag mir nicht, dass es mal eine Mission irgendwann leer geht. Cool, 57 Schuss habe ich noch. Haha, 700 Punkte auf einmal. Und das hier auf Close Quarters. Au, Servicestar. Nice. Und so verdammt nice. Ah, einer von uns. Ich glaube, wir werden diese Runde gewinnen. Haha. Vorläufige Schätzung. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das Ergebnis gerade steht. Schon ewig nicht mehr auf die Skull geguckt. Haha. Ah, jetzt waren doch mal zu viele Leute auf einem Weg. Kein Panzer und kein Mörser. So, jetzt habe ich aber den dritten Punkt vergessen. Keinen Vehicle-Sdeal habe ich, aber ich glaube, ich habe bisher noch keine großen Probleme mit den Regeln hier. Ey, bleib hier. Ich kann hier Munition. Au, scheißen Rack. Ja, Usus 12, da freut sich jeder. Wurde der gerade gekillt, oder ist es vom Admin, oder wurde er erschossen? Das ist jetzt die interessante Frage. Er wurde gekillt vom Admin. Gut, da war keiner. Gehen wir weiter. Auf geht's, Team. Den nehme ich. Jetzt seid ihr irgendwo dran. Hier, da oben ist ein Sack. Da vorne ist eins. Au, angehittet. Vergiss es. Scheiße, hinter mir war einer. Aber immerhin guter Hilfe bei Kill. Keine Lust, mich wieder zu überleben. Nein, schade.